Mit Makam möchten wir den Musikunterricht in deutschen Schulklassen positiv erändern. Hier in Pirolet-Saal haben wir seit Anfang an, 2017, viele tolle Musiker präsentiert aus der arabischen Welt. Mit dem digitalen und analogen Angebot möchten wir bundesweit Lehrkräfte empowern, arabischsprachige Lieder zu lernen und darin empowern, arabischsprachige Lieder mit ihren Schulklassen zu singen. Wir besuchen mit den beiden Musikern Bacra und Hussam Schulklassen und singen gemeinsam arabischsprachige Lieder und im Gegenzug besuchen uns im Pia Bolesal Schulklassen und besuchen unsere Konzerte. Das hat uns viel Freude gebracht und wir hoffen auf weitere Partner, weitere Projekte und weiter singende Kinder. Ich finde, es hat so einen Ausdruck, der mich motiviert. Ich habe noch nie in meinem Leben eigentlich arabische Lieder gesungen, aber in der Schule lerne ich schon drei arabische Lieder und das gefällt mir sehr. Genau.